hallo liebe leute das interview zwischen mir und dumme king tv konnte leider nicht stattfinden weil es an meinem pc technische probleme hatte bitte verzeiht uns mir und dumme wir werden zu einem anderen zeitpunkt noch mal die chance kriegen ein interview zu machen ich wünsche euch trotzdem noch viel spaß bei meinen videos und abonnieren 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 und bis zum nächsten video